Also sehr sehr krasses auf und ab hier auf jeden fall ich meine ich bin eine halbe stunde bevor finale war gestorben ich hoffe nur wir haben das nur rechtzeitig ich hoffe es ist inständig ich hol mir noch einen beacon hier mit bestimmt 30 schweck pausen drin für mich dass ich mich noch gelevelte hab ich bin der und auch Bescheid ist die Post ab der Führer geklappt im Dorf als wenn sie sich davon wieso bin ich überladen oh ich bin nicht überladen kommst du sie dir? bin gleich also immer versuchen die Leute zu crappen und dann einfach zuzuhauen wenn du die gekrappt hast das ist die einzige Möglichkeit schaden zu machen ich habe standbild warte ich gehe ein bisschen raus und mache die pause ein ok scheiße admin sheet set wie war das? set global pause pause true wird leer sein alles da Leute so wie es aussieht andere hat jetzt freeze das heißt andere Leute haben auch freeze die gerade im finale teilnehmen deswegen machen wir jetzt pause wir lösen es jetzt einfach so die freeze bitte spiel neu starten ja nicht schlau weil die kommen nicht mehr rein jetzt versucht doch keiner mehr drauf zu kommen doch die ganze zeit immer wenn einer gegangen ist ist einer gekommen hier in 5 minuten weiter dann sehen sie es ja sowieso nicht boah es macht so bock meinst du sparst du dir? ja cool freut mich hab ja nur ungefähr also ich sag mal ich hab ungefähr 100 stunden investiert bisher und André was denkst du? ja guck gut hin auch ne? ja das ist mega geil ja mach doch übelts bock ich finde allein die Kombination Wingshude und ähm und Krapplinghook Krapplinghook übelts nice genau und auch mit dem Biegen und so ey so viel Action jetzt gehabt so alter auch übelts wie Kills gehabt ja also ich hatte jetzt ein Frame Build gerade aber hm ich mache ähm dann Countdown wenn es weitergeht ja anders können wir uns nicht lösen jetzt da müssen wir halt immer wenn wir mitbekommen dass eine Freestyle eine Freestyle pausieren wir einfach das Spiel das ist nicht anders machen erstmal das ist halt echt schade super nervig irgendwie ich habe jetzt extra drauf geachtet als ob in der Arena irgendeiner stehen bleibt der sich nicht mehr bewegen kann oder so aber das war nicht der Fall ich hätte es zwischendurch mal gedacht weil diese Drachen irgendwie buggy sind wenn man da nicht weiter fliegt dann bleibt er halt genau in der Luft stehen und bewegt sich nicht mehr ich fange sie ganz gut dass wir irgendwann wieder zusammen spielen ja ich habe eben auch schon drüber nachgedacht ähm dass wir irgendwann mal inkognito spielen also jeder für sich und wir einfach random im Chat nach mitspielen oder so ja 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 wir sind das wissen wir auch immer natürlich leicht im Vorteil weil wir kommen ja immer auf den Surfer geht das jetzt nicht so eng weil es ist ein Spaßprojekt so aber trotzdem können wir ja auch irgendwann mal sagen jo sie denn ich spielen einzeln jeder für sich und wir suchen im Chat unter einem Decknamen ja und idealerweise auch so dass man nicht unseren Steamnamen sieht ähm suchen wir einfach mitspiele das heißt random könnt ihr da bei uns mitmachen so und gucken wäre vielleicht eine witzige Idee so könnt ihr mal schreiben was ihr davon haltet wir ändern kurz vorher unseren Steamnamen einfach ändern kann man den einfach ändern jo kann man den auch einfach wieder zurückändern das ist kein Problem ja das geht das ist dein Kacknoob ganze Teil du hast zwar eine Chronologie äh für die Namen die du dir sozusagen vergeben hast aber du kannst ihn mal wieder auf denselben zurückändern so geht weiter in 10 Sekunden bist du noch früher in der Arena da haben wir auch immer Countdown gemacht ja neun acht hier kann dir niemand dazwischen funken außer ich zwei acht fünf drauf so so jo ich wollte das mal nein ich gucke mir jetzt dass keiner gerade den Hot Button drückt ne also da rennen Infernal Dodorexel rennen hier sogar rum zu dir so ich würde mich interessieren ob man da überhaupt schaden macht mir kommt das gar nicht so vor wenn ich die crappy die Spieler oder ich sehe das einfach noch nicht eigentlich hätte er sterben müssen der hatte kein Torso mehr an hm aber wir haben nur unsere Corinna das darf man nicht vergessen ja die fast tot sind hehehe echt ne meinung nicht also der hatte glaube ich nach 70% oder so ja ok man hat nur noch 10 aber war da einer drauf da ist einer drauf gewesen oder eigentlich sah es aus mich würde echt mal interessieren wie stark diese hier im Fernland Dodorexel sind ja die sind gefährlich aber wie sieht es aus wie dir? wo bist du? ich bin hoffentlich bald da ok cool so viele Leute sind ja nämlich gerade ne ja doch ein paar schon ich habe mich hingehangelt jetzt wollen wir schießt da? wollen wir schießt da? ey stimmt warum schieße ich nicht wieder aufs Ort weil ich bin einfach drauf auch ne gute Idee auch ne gute Idee auf ist das Immortal? ok wo ist denn der? ist der jetzt in der Arena gespahnt? ne ne ich hoffe nicht ja ne ne hoch hahaha ok ja so können wir es machen heute äh so bleibt einfach unterballern ich kann den sogar so steuern nach oben und unten stimmt ok 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 cool bleibt mir nicht ganz so leicht da krieg mal hin man durfte nicht zwischen die Rillen gell? oh Gott ähm naja also wenn du durchfliegst einmal ist ok darfst dann nicht stehen bleiben drinnen ok nicht stehen bleiben ok nicht bewusst das jetzt ausnutzen oder so ui da sind damage zahlen ja ein paar das heißt du bist richtig zu dir hehehe seid übel schwer zu erkennen wo jetzt gerade hier Leute sind und wo nicht wo einer drauf ist und nicht hier ist einer drauf oah kann ich nicht mit den Agentarwist treffen? das würde mich mal interessieren mach ich mal einen Schuss na ich seh dich ich seh dich kann ich den Agentarwist treffen ok gut zu wissen das heißt ich kann mich nicht treffen darum ging es mir weil man sollte eigentlich mit einer Swordweifel Muni auch die Piloten treffen können die machen Explosionsschaden ja ok bist du das? ich weiß nicht nein ne das bist du nicht ah der versucht mich jetzt zu crapen bestimmt wenn er mich jetzt crap wäre natürlich super kacke weil dann bin ich meinen greifen los ja gut wir ziehen uns ah ist der schneller als ich? ja der ist verdammt schnell ich fahr gerade per Zufall da cool aber der ist auch wieder abgehauen dammit shit ich hatte einer der ist nicht fallen lassen ich hab ihn einmal getroffen ich mach eben weg ich hab meinen auf follow ich verpiss mich eben oh shit hab mich getroffen ich seh ihn ich mach das mal weg ok? ich mein das auf follow ok würde ich wirst du dem jetzt folgen? ah der ist noch am hier dran sind hier ich seh es scheiße der sieht mich nicht mehr steck mich mal hier hinten jetzt bist du out of range bei mir shit problem ist alles dass er mir folgt weiß er immer wo ich bin das ist irgendwie auf den ist eigentlich dumm dass er dir folgt ja eigentlich ist es voll dumm stimmt aber wenn ich nicht follow mache ist es auch kacke ich probiere ich den ich hab keine der hat immer noch an mir dran sind hier ich brauch Hilfe ja ich versuch dich zu finden aber es ist echt schwer ich hab leider kein Flugtier ja ok ich bin im wasser ok ist er immer noch bei dir? peinlich ok ich bin wie auf meinen vogel drauf ich hab dich auf dem tracker soll ich zu dir noch kommen? ne ne ich komm jetzt hier hoch alter der ist übelst gefährlich der darf nicht so viel leben haben wir müssen da irgendwie drauf schießen mit einem Southwild oder so oder den Säden natürlich ich fliege gerade hoch oh auf dich wurde geschossen glaube ich ja du komm ich versuche mal schnell Rüstung auszutauschen ja die sieht komplett scheiße aus bei mir guck immer mal am hotbutton dass nicht irgendeiner heimlich drückt oder so das ist echt schwer ich bin nur zu Fuß gerade echt? äh fuck ey hab ich nur irgendwie Zeug uuuh alter ich hab nicht schäflich mit 3500 armor wann hab ich die denn bekommen? hab ich doch schon ja das ist nicht und nix naja geht alles so das ist eigentlich nicht unbedingt besser ist noch ein Schild auch nicht schade da geht's eigentlich würde ich gerne wir müssten eigentlich erst mit dem äh den Reifen töten weil der nimmt uns die Luftto halt hier ist gerade keiner ey aber ich sehe gerade nicht das ist auf jeden Fall immer drauf oder? ja uuh da biegt eine so um dass du das ne du hast kein tag er hat einen tag tot so ich hab das gefühlt dass ich keinen schaden an dem mache doch doch mal an dem schaden haben gekillt weiß er hat ein komplettes tag-set gehabt der hat ein roboter-diener ich will das loot haben scheiße wobei das tag-set ist kaputt natürlich ich jetzt wahrscheinlich ich hab grad eben noch gesehen ja da drückt bestimmt einer jetzt oder parker drückt an dass sie dir na ich glaube dass sie aufgestiegen da hat er noch so zu tun der mit dem rück müssen ich muss immer ein auge drauf haben jetzt nicht mehr ich erwischt ich kann die dodorexe crap wie krank ist das bitte du lol ich schmeiße runter ja probier dich jetzt hier erstmal den Kentro geht nicht ok ich hab jetzt die Agro haben einen Spieler weiße grab den Hook benutzt wieder ein spieler glaube ich gegen komm es dauern es dauern es dauern ok ey primarkenthal ist es total OP seht ihr ok da ist auch noch einer drauf von hinten am besten dann ist noch nichts haben wir ich hab gerade nichts ich auch nicht deswegen guck ich gerade nicht mehr rein oder du kannst Space testen ich glaube ich glaube auf dem hat auch sechs ist noch eine drauf da fliegst du da gerade ohne agentar ist nicht wir hatten ja noch jetzt noch aus und zu gut aus shit was los nein der hat mich wenn ich einen krepp den hook oder was mit 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 dem flug sowie nehmen dodo hat nämlich arm ist hat sich schnell gedreht haben wir konnten sich wieder krepp den hook wegziehen bist du dauernd du hast ja ich bin tot so herstellen wieder level 100 ich glaube nicht dass es was will ich würde dir gerne zugucken du bist du bist admin du kannst spektator gehen darfst man nur dann nichts sagen ok dann mute ich mich ja sound muted sound ich bin gestern okay ich versuche den weg zu bringen ist das fies 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 alter ist das fies also wir müssen glaube ich bald mal was ändern an dem flug sauer gehabt aber ich habe schon ziemlich durchschleif gemacht und bei primarkenthal ist hat ja noch nie jemand auf ok das ist so op das ist so op das ist so op guckt euch das an ich kann halt auch nicht dafür ich habe die zeit in akzeptanz ist es jetzt nutzen leute es waren irgendwie sechs welchen zeit dass jeder die man zählt ich wusste nicht dass die so krank sind echtlich ist da einer ja bekitzt es alle jo leute ich habe mich also gemutet wo ist er der beam hört mich nicht mehr dann können wir hier auch zusammen ein bisschen reinschauen ja ich glaube er ist nicht mehr hier ah der macht mir sorgen der macht mir richtig sorgen ja seid schneller als ich da unten ja da ist er mal schauen ob er ihn kriegt er fordert sich durch seine projektile oh wenn er wüsste dass das chinichi ist ah 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 hat er nochmal oh er hat sich weggegrabbelt jetzt könnte sein dass der auf dem greif wieder drücken will ja den muss ich irgendwie runter bekommen ja sag mal dann weiß ich ist auf jeden fall ne menge los hier freeze 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 ja ich auch kann nix machen sie dir äh warte sie dir wie war das sag's mir mal sie dir sie dir sie dir oh er hat sich gemutet glaube ich äh sorry wie war der cheat nochmal admin cheat glo z global pause true und das true mit der zeichen das ist der rest alles zusammen ok ist zu spät was ist zu spät ist getriggert worden ohje chinichi hat gewonnen ich wollte es gerade eintippen und dann stand er schon da hat alles getriggert ja naja zumindest habe ich es noch drauf auf kamera super super ist zwar wirklich schade das mit dem freezes aber da müssen wir ja ich hab noch nie gute chancen das Ding zu gewinnen und das ist gerade nicht ja ist halt echt schade mit dem freezes da muss man eine lösung für finden ja ja wir müssen wir müssen test durchlaufen nochmal machen ohne hotbuttons geht doch nicht anders ich hab keine ahnung ob wir uns sonst so lieben sollen ich hab kein plan das kann sich auch an einer internal mod liegen ja aber ich sag ja nichts ich hab so viel ausgebaut mittlerweile ich hab die hotbutton mod 6 stunden laufen lassen und hier war nicht ein freeze kann auch eine internal liegen ich hab das einfach nebenbei laufen lassen aber das sagt ja auch nix weil es war ja nur ein spieler auf dem server witzigerweise hattest du den gegrappt in der arena das macht es da zum schluss schlimmer achso und er hat einfach weiter gedrückt ne du hattest den raus gegrabt ja und dann war der draußen und dann ist er jetzt wieder reingelaufen scheinbar und jetzt hat er gedrückt ja gehts ja ach ne warte das ist Noah gewesen Noah von tribe of genichi ok also sein teammate hat es gedrückt ja ja das ist halt jetzt nicht so viel wert der Sieg aber ich mein die können das ja auch nicht wissen dass wir den freeze haben ja wir müssen einfach weiter dran arbeiten ja ich mein das macht übels bock das format macht übels spaß so die hatte vorhin auch grad nochmal zu mir gemeint dass ihnen das übels bock alles macht mega geil ja wir müssen das irgendwie mit den freezers hinbekommen vielleicht machen wir mal einen testdurchlauf irgendwie und testen das step by step an welcher mal das liegen könnte oder so wir können das ja auch umdrehen wir können ja eine äh jeder kriegt ne dann brauchen wir die teleporter mod ne dass wir so ne so ne mealy hot button sache machen dass alle in die 70 Leute und dann ein hoppt nur die hot button mod rein und alle kommen zum hot button und dann wird so lange gekämpft bis einer gedrückt hat dann haben wir ganz viele Leute und den hot button und gucken ob es freeze also nur hot button und teleporter ja oder ne kleine map weiß ich nicht ob es sowas gibt ja aber ganz kleine ja oder halt mit teleporter könnte ja sogar an dem techzeug liegen und wenn es dann wieder leckt dann könnt es auch wieder an dem teleporter liegen oder ist der jetzt nicht drin gewesen der ist nicht drin ja achso ok dann können wir den ja schon mal ausschließen so im teleporter liegt es nicht gut ok so sauber wollen wir ab und wo machen ja ich bin grad richtig traurig ja ich war echt so gut dabei wie noch nie ja das war echt ärgerlich das hat mega spaß gemacht aber trotzdem und das pech war jetzt gerade dass ich freeze hatte und André auch weil sonst hätte André jetzt noch schnell Pause machen können und sie dir ist eigentlich nicht eingeplant da ist jemand der schnell Pause das eingibt also bei mir ist es gefreezed mit runtergefahrener Konsole ich hatte sogar noch im TS gefragt weißt du aber ich war gemutet deswegen konnte die mich nicht hören ja das ist super dem gelaufen er erinnert aber nichts daran Leute und davon kommt es ja an ein bisschen hin hat es super bock gemacht mal wieder es ist halt vom finale her ist halt jetzt wieder so ein abruptes Ende es ist halt immer noch ein experiment es ist work in progress ich arbeite dran wir arbeiten dran André arbeitet dran irgendwie kriegen wir das schon hin dass das irgendwann ohne freezes auch abläuft aber es hat trotzdem super Spaß gemacht also nächsten Durchlauf machen wir auf jeden Fall hoffe ich denke ich mal wieder zweier Teams gibt es einiges was wir besser machen können und trotzdem ohne scheiß Prime Agentar ist ich glaube den kann ich nicht mehr lange drinnen lassen spätestens wenn das Video oben ist muss ich die dann wahrscheinlich rausgenommen haben so dann können wir vielleicht auch mal eine Runde da mal schauen wir gucken einfach mal so gut ja und müssen wir schauen wie wir das lösen vielleicht haben wir es jetzt auch schon gelöst wenn das Video oben ist kann auch sein ne also guck mal einfach mal checkt einfach mal in die Kommentare ganz oben was ich da geschrieben habe da seht ihr dann wie der Stand der Dinge ist weil das nehme ich jetzt ja gerade davor auf und was dann in den Kommentaren dann steht unter dem Video ganz oben habe ich angepinnt das ist dann der Status wie es aktuell aussieht ob das noch fließt oder nicht und wie wir es gelöst haben woran es lag etc so ja würde mich trotzdem über einen Daumen und so freuen sondern vielleicht ein Aufmunterungs Daumen das ist ja schön ja ja ich hoffe trotzdem dass es euch gefallen hat auch wenn das Ende natürlich jetzt enttäuschend ist aber glaubt mir Leute wenn hier einer am meisten enttäuscht ist dann ist das meine Wenigkeit so und natürlich sie dir werden das Beinerkopf am Leiter das hinkriegen können so alles klar dann vielen Dank auf Anandre Perspektiven sehr gerne und dann zieht ihr was mitmachen Jau und dann bis zum nächsten Mal Machs gut Tschüssi Ciao 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 Deine Scheiße Ich bin halt Ich bin halt